Willkommen bei Flatlift. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, nämlich den TV im Möbelverstecken. In einer Welt, in der Design und Technologie Hand in Hand gehen, präsentieren wir Ihnen die elegante Lösung, Ihren Fernseher im Schrank zu verstecken. Dieses Konzept ermöglicht es, Ihren Wohnraum frei von der Dominanz eines Bildschirms zu gestalten, indem es den Fernseher unsichtbar macht, wenn er nicht genutzt wird. Mit nur einem Knopfdruck erwacht Ihr Wohnzimmer zum Leben, in dem der Fernseher sanft und leise aus seinem Versteck gleitet. Eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Diese Lösung ist nicht nur ein Blickfang, sondern schützt Ihren Fernseher auch vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung und trägt so zu einer längeren Lebensdauer bei. Positionieren Sie Ihren Fernseher optimal vor der Couch oder an der Wand, um das Seherlebnis zu maximieren. Achten Sie dabei auf die ideale Seehöhe und den harmonischen Einklang mit Ihrer Raumgestaltung. Entdecken Sie mit uns die Zukunft des Wohnens, wo Technologie sich nahtlos in Ihr Zuhause einfügt und Design die Oberhand gewinnt. Verstecken Sie Ihren Fernseher im Schrank und genießen Sie den Luxus eines aufgeräumten und stilvollen Wohnbereichs. Sollten Sie Interesse an unseren Lösungen haben, um TV im Möbel zu verstecken, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme über die bekannten offiziellen Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns auch, Sie umfassend beraten zu dürfen. Auf bald!